In den Jahren ist natürlich viel passiert, wir haben weiterhin viel gedreht, aber umso schöner ist es jetzt wieder zurückzukommen und bei Holiday on Ice dabei sein zu dürfen. Ja, wir haben Verstärkung mitgebracht. Unser lieben Jotti, der ein oder andere kennt ihn vielleicht noch von der letzten Tour oder auch von Olympia. Darauf sind wir auch sehr stolz, dass wir mit so einem tollen Eislaufer zusammen performen dürfen und wir starten sozusagen zusammen in a new day. Ich glaube, unsere größte Herausforderung wird nach so vielen Jahren stille wieder das Live-Publikum sein. Wir kommen ja aus der Schauspielerei und wenn man was falsch macht, dann stellt man sich hin und wiederholt es noch einmal. Aber hier wird es so sein, man fährt raus und dann hat man nur eine Chance. Das war's. Das war's.